Auch im Süden Tansanias, in Afrika, ist eine gute Ausbildung die Eintrittskarte in die Berufswelt. So haben wir seit einer kurzen Zeit drei voll ausgestattete Computerschulungsräume. Die dienen etwa 1400 Schülern, 100 Lehrern, 300 Mitarbeitern zur Weiterbildung oder zur Ausbildung. Ausgezeichnet durch die tansanianische Bevölkerung als ein Projekt, was auch wirklich stattfindet und den Menschen gut tut, finanziert zum Teil durch das Bundesministerium für Zusammenarbeit, ist das jetzt ein Zentrum, in dem für alle Berufe die notwendigen Fähigkeiten erlernt werden können und ist ein Forschungszentrum für die Ärzte, die wir beschäftigen, für die Krankenschwestern, für die Bauern im Umfeld, für Leute, die vielleicht technische Probleme haben in der Region, in der sie sich fortbilden können, dadurch, dass sie auch einen direkten Zugang zum Internet haben. Vielen Dank.